Ah Ja Haha Ich bin da draußen Ich bin da draußen Naja ich sammle grad Fleisch ein Leider tautet es Das kannst du nachher gut einschmelzen In so'n Ofen Im Ofen sag ich in so'n Wassersieb halt ne Ja Irgendwie hat das System noch ein Loch gehabt Ok ich will da wer da Ich glaub irgendwo liegt ja mein Grab ne Ich mach mal mal die Hälfte Ja Wie denn ne Hexe vor unser Haus Wie denn ne Hexe vor unser Haus Boah so ein Sturm Also wenn wieder ruhig ist können wir ein bisschen Holz abholzen Und wir brauchen noch ein paar rohe Holzbalken Ja komm Zombie geh weg Also ich bin grad beinahe beim verhungern Ja ich bin auch schon wieder am verhungern Aber mich würde es interessieren Ob es Spieler gibt die ohne sterben durchkommen Ach Schlingel Also In meiner Welt bin ich schon mehrmals gestorben Ja ich ich auch Ich hab's das schon angezeigt Ja ich bin auch paar mal bin ich gestorben Bei mir waren ganz schön viele Ixe Bei mir waren ganz schön viele Ixe Die kannst du auch weg machen die ganzen Ixe Echt wie? Ähm wenn du auf die Map gehst Auf die Journey Map Ähm Wann ich mal gucken Genau Wenn du Y drückst Äh Y J Dann öffnet sich ein kurzes Fenster Dann einfach auf Schließen unten gehen Und dann siehst du die ganze Die ganze Map Also die Hexe macht grad Selbstmord Ach das ist gut Oh nein Oh nein Ich hab doch noch heute leider was wertvolles gehabt Das nennt sich Redstone Oh Ja da kommen wir später auch noch richtig dran an sowas Ja da kommen wir später auch noch richtig dran an sowas Ja da kommen wir später auch noch richtig dran an sowas Also ich denk mal Wir müssen das Ding auf jeden Fall sicher bauen hier Bevor wir irgendwie rumziehen Weil wenn wir sterben Dann fangen wir immer wieder hier an Und das ist dann Ja ich hab nur noch zwei Herze Tschüss Machs gut Huch Äh Ich hab ein Grab gefunden Ein Grab Ja da stand doch vorhin ein Ding äh Da stand vorhin irgendwas Als wäre ja noch ein Server Spieler hier drin Ja Gib ihr Sherry denn Ich hab grad dass er erstochen wurde Hm Hm Du musst gegen den Grab schlagen Da kommen Sachen raus Du musst den Grab zerstören Da kommen Sachen raus Na okay Ich seh deinen Grab Ja du kannst das ja schon mal nehmen Kannst du reinpacken Merkwürdig Ich hab ihn grad drauf geguckt Also wir sind ja auf den richtigen Server hier Patrikum Da ist Aber hier ist keiner Da liegt keiner Nein hier ist keiner drin Weil das sieht man durch Die zwei Pfeilieder Achso ja durch die Tab-Taste Ja 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 Ich hab mit einem anderen Monitor Habe ich hier auch meinen Server offen Und das sehe ich ja auch Ich sammle noch ein bisschen was hier Ich hab übrigens ein Knochen gefunden Es ist zwar nicht viel aber immerhin etwas So ich geh mal kurz in die eine Truhe die versteckt ist irgendwo hier in der Nähe Mhm Der Parotte das gleich was bringt so gut wie gar nichts Nee nee aber das kannst du umwandeln zu Erde Hallo Zu Erde Ja zu Erde Dafür brauchen wir gleich diesen Ja wie nennt man sowas Nicht ein Safter Sondern und Es verdirbt halt in so einem Fass drinnen Und dann kriegst du Erde raus So Ich hab hier hinten mein Loch gemacht Falls Monster kommen kannst du da hinten in das Loch reingehen Da ist ein Zwei Sandblöcke sind davor Da kannst du die rein schubsen Sag mal wir könnten Ach äh Sag mal wir könnten ähm Zu Zu Weltraum fahren Mhm Äh das müssen wir mal bauen Da da So Oh mein Kram So Also hier kam sie nicht rein Aber hier kam sie rein ne O O Du Ähm Jetzt abzumachen weil manchmal Äpfel rauskommen okay ok da gibt es nicht mehr aber so reicht das so viele kripo und gut auf eine kripo heiße ok also das ist alles dicht hier irgendwie ich hole holz der baum ist riesig geworden ja furchtbar sowas manchmal der baum hier kaputt ist manche blätter mal ja das ist extra so gemacht das ist das letzte da ist auch noch ein stück so was meinst du ein apfel ja ich habe ich sterbe jetzt gerade weil ich habe kein hier ist ab das holz weg machen ja dann bevor ich mich sterben tue hier hier So, das ist weg. Ah, da hinten ist noch ein Heilstück. Ah, da hinten sind zwei sogar. Oben ist ein Apfel. Ich suche. Ich sehe einen Apfel. Bist du gestorben? Ich will gerade mitnehmen. Ah, da rätst du auch mal gestorben. Warte, ich... Oh, nee! Das sieht aus wie so gut wie tot. Ja, warte, ich bin nicht da. Zwei Holzstücke noch. Dann helfe ich dir. HALTE DUICH! Ich laufe links herum. So, ich komm. Ich bin gerade ein Stück weglaufen. Warte. Ich such dich gerade. Ich komm. Bist du, bist du, bist du. Ah, da ist es okay. Da, wo die Zombies sind. Oh, okay. Ich lass dich jetzt hier rein. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Boah. Oh, nein. Okay, aber jetzt kommst du mal rein. Oh. Hier gibt es so wenig Essen. Warte, ich pack gleich mal rein hier. Ich pack mal alles rein, weil ich sowieso gleich sterben tut. Ich hab nur ein halbes Herz. Ich hab nur ein halbes Herz. Und kein Essen und sowas, deswegen. Der ist jetzt noch drin, aber Truhe. Ach so, stimmt. Ich hab sogar einen Apfel reingelegt. Ah, du hast noch nicht. Ja, ich blute ein bisschen. Hast du das gelernt? Ich hab nur eine Flasche mit Ruhe drin. Okay. Boah, so viele Leute wieder draußen. Ist ja wurchtbar. Und so viele. Da rennt alles rum mit draußen. Echt wahr? Also, wir müssen auf jeden Fall das Areal, was wir hier haben, ne? Mit diesem Kaktus bist du auf jeden Fall vergrößert. Ja. Hätten ist so ein Blitz. Nennt sich Blitz. Ja. Der schmeißt da irgendwie mit so Blitze um und sowas. Ja. So. Ähm. Ah, ich wieder so einen großen Baum. Cool. Ergestellt. Ja. So. Ich hab... Die müssen wir eigentlich gleich... Ich glaub, wir sagen, wir müssen eigentlich gleich durch haben, ne? Ja. Durch ein Knochen kriegt man drei Knochenmehle. Ja. Werkzeugstation. Schablontisch. Schablontruhe. Also, wie gesagt, das Fleisch... Das verwursten wir gleich. Verwursten? Okay. Ja, also zur Erde und sowas, weißt du? Hmm? Boah, wie? Warte, Erde. 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 kompostiere machst du aus ein eichenfass ist das sind die sachen hier im spiel noch auf englisch und auf deutsch auch eingestellt habe manche sachen sind auf englisch drinnen pass auf gibt ein eichen also ohne das zeichen ein verreichen wie die eiche mit enden dran der kohle ist großband genau dann siehst du nämlich ein eichensieb das brauchen wir ganz wichtig das eichensieb und ein eichenfass damit machen wir wie gesagt die erde dadurch eichensieb und ein eichenfass ok eichensieb kann ich herholen eichensieb das geht so und eichenfass baue ich jetzt auch super das brauchen wir Die Hexe macht wieder Selbstmord. Cool. Quest? Komplett? Ja. Aber die Sachen haben. Jetzt hab ich mein Handy gar nicht. Die nächste Mission ist das Eichensieb, das haben wir schon. Ein Holzhammer und ein Holzstab, was sie bauen müssten. Holzhammer und Holzstab? Warte, ich muss... Der Sieb zeigt mir gar nicht an, du musst mir erst den Sieb mal ganz kurz geben. Achso. Oder so, warte, ja. So, ganz das Sieb. So. Oh, der ist was drin. Ja, das... Die Setzlinge machst du da rein. Du kannst auch die Haut reinmachen. Und da kriegst du Erde dann raus. Wie gesagt, wenn du noch ein Setzling hast, kannst du ihn da reinschmeißen. Ja, mach nochmal. Bis es fertig ist. Genau, jetzt fertig. Jetzt mehr. Siehst du, die Kompostierung 13, 14 Prozent. Hier drüben braucht man noch ein Seil. Da brauchen wir aber den Hammer. Und... Und... dieses andere... Hammer, okay. So, die Station können wir aufbauen. Holzhammer... Ah, Holzhammer bekomme ich jetzt auch bauen. Holzhammer... So wird's gebaut. Oh, okay. So. Gut. Oh, der Baum... Ach, wieder so ein Riesenbaum. Mist. Oh. Holzhammer. Was noch? Holzstab. Ah, ja. Ja. Holzstab. Holzstab. Holzstab wird auch gebaut. Also, wenn du mit dem... Hammer drauf haust. Auf das Holz. Kriegst du das Zeug raus. Aber wie ein bisschen strange. Das, was du hast hier. Das Ding in die Holzstab, ne. Wenn du in die Holzstab, ne. Du jetzt... zu den... Blättern hier gehst. Und an die Blätter holst. Die kriegst du schneller ab. Und du kriegst irgendwann so'n Wurm raus. Was? Ich komm nicht hoch. Ui! Hä? Hast du jetzt gestorben? Das war zu warm. Oh. 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 Wenn du stirbst, kriegst du ja ein Dirt, ne. Erde. Cool. Eis, ich sterbe. Ich sterbe. Gehört. Wie kann man der... Kann man der Hitze weggehen? Geht ja gar nicht. Wir haben hinten das Wasser. Und dann komm. Da musst du rein. Aber halt nicht, wenn da so viele Leute sind. Geh mal spazieren. Mhm. Wenn du hier bist, ich kann nicht reinlassen. Schnell rein! Äh, du hast noch einmal so'n... Warte ich. Okay. Ja. Bei dem nächsten Baum, ne. Ich hab nämlich hier einen Wurm in der Hand. Wichtig. Ja, dieser Wurm setzt du auf die Blätter drauf. Dann befällt er den Baum. Und dann auch wieder mit diesem Holzstab die Blätter wegnehmen. Dann kriegst du wieder einen Wurm raus. Und du kriegst, ähm, Seile raus. Strings. Okay. Hier ist ein Grab. Ja, da geh nicht. Ja. Ja. Ich komm rein. Ich lebe mal die Sachen alle rein hier. Die ich mir jetzt hatte. Ja, ja. Ja. wir ins cockpit ich mache jetzt feierabend aber ich würde sagen wir sehen dass die nächsten tage auf jeden fall wieder hat spaß gemacht du kannst jederzeit hat sich jederzeit weitermachen wenn du möchtest kannst auch auf den privaten sachen weiter aber wie gesagt das server läuft jetzt durch und du kannst jederzeit wieder drauf gehen und weitermachen da ist genau jederzeit andere spielerei oder das ding ist private ziel das auch wie sie jedes mal wenn ich jetzt hier reingehe ich in jedes morgen genau den siehst du jedes mal den server weil ich die nummer einmal eingegeben hast und dann kannst du da rein alles da dann würde ich sagen ja macht man immer die tx weg ach so genau johnny also mit y j j also ja okay ja und hier alles verändert hier du siehst die untere leiste ganz äußere ganz links steht drauf wie points darauf klicken dann siehst du zwei tode oder wenn du hast drei drei und sie kannst du löschen 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 ok habe ich gemacht genau dann geht es ja siehst du mal gut dann machen wir beim nächsten mal weiter immer gespannt wie das wird hier also ich beende den auch alles klar da knurren sie gut mach's gut bis dahin ciao ciao bis 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 bis